Ja, hey Leute, hier ist wieder der Apple 100 privat und heute geht es um das iPhone 5 Event, das am 4. Oktober um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also auch deutscher Zeit, stattfinden wird. Und das Ganze hat man herausgefunden, weil es schon Einladungen von Apple gegeben hat. Und das seht ihr auch nochmal hier auf dem Bildschirm, dieses Zeichen mit vier einzelnen Apps. Ja, mit der Uhr und dem Telefon, Kalender und der Karten. Und das Ganze wurde auf The Loop veröffentlicht und das Hauptthema soll sein, dass das iPhone 5 rausgebracht wird. Das Ganze wird in Kalifornien stattfinden, am Apple Campus sozusagen. Und ja, es wurden natürlich auch schon Einladungen rausgegeben. Und ich werde euch einen Live-Ticker auf Twitter und Facebook schreiben oder vielleicht hier noch ein Video dazu auf YouTube stellen, damit ihr auch alle einen Live-Ticker habt oder sogar einen Live-Stream. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!